So, meine Lieben, wir wollen das noch nicht berufen, ja, aber was ich hier als Feedback von der Crew bekomme, ist exzellent. Das ist wirklich exzellent, das kann man gar nicht anders sagen. Dennoch... Dennoch wollen wir, bevor wir nicht bei A... Wir fangen ja erst bei A an, wir sind noch nicht bei Z. Dennoch finde ich es toll, dass der Flight Manager, der Purser, hier nochmal extra persönlich herkam, sich nochmal informiert hatte. Er wusste nicht, was noch ein Circle-Member ist. Und dann habe ich ihm das mal erklärt. Viel Flieger, Senator Gold und in the sky. Und da haben wir beide gelacht, hatten also extrem viel Spaß dabei. Und muss sagen, dass ich mich natürlich freue, dass solche offenen Flugmanager da an Bord sind. Das Gleiche kam, dass der Kapitän eben vorbeikam. Das heißt also, wir sind ja im Anflug. Wir sind sozusagen jetzt in der nächsten Kategorie. Alles ist am Laufen. Und der Kapitän will sozusagen Hallo sagen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den mit in die Kamera kriege. Das wäre natürlich ein Traum. Da könnte ich wenigstens zwei, drei Sätze sagen. Will das nicht versprechen, aber ich finde das toll, weil der Purser hat mir das angeboten. Er sagt, wenn der Flug, also wir sind jetzt im Start, wenn der im Startbereich ist und so, dann haben die vorne ein bisschen relaxte Zeit. Das kennen wir ja aus der Swiss oder auch bei Lufthansa. Und dann hat der Kapitän, der wollte mich gerne mal kennenlernen. Toll. Also finde ich toll, weil, ich sage mal, es ist auch hier wieder. Es gilt immer. So wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es zurück. Nicht immer, aber sehr oft. So, jetzt kommt natürlich etwas Feines. Wir haben klein, ich habe gesagt, ich mache die ganz gerne, und sparkling water with lemon. Und wir haben Champagne. Und Nuts. Macadamia. All together, they're good mixing. They're mixing. Yeah, it's good mixing. It's okay. You can come more often to me, and then I can say hello. But my, can I show the bottle? What is it? It's 2008 Tom Perillon. The cooling is perfect. Thank you very much. Yeah, it's important. Sometimes it's warm, you cannot drink. Yeah, and always it's too cold. Do you know, it's, when you, when you like hot coffee, so you cannot drink cold coffee. Cold coffee is, you can take iced coffee, yeah, okay. But when you like hot coffee, or hot, or cold tea, in the morning you like a hot tea, and also, or in the afternoon, yeah. This is a big difference. The same is with the Champagne, or with white wine, or red wine. Yes, it must be chewed properly, then you will get the taste of it. So take your time, our cafe, in about 25 minutes, to let you know, okay. Thank you very much. Thank you. Also, auch da noch mal ganz entzückend runtergekommen auf die Knie. Also ich meine, das ist ja Thai eigentlich. Und die Thai hat das aufgehört. Und hier ist es also immer noch Standard. sehr persönlich, eine sehr freundliche, warme, wir wollen ja nicht Familie sein, sondern wir wollen nur eine kurze, nette Zeit miteinander verbringen, hier an Bord der First Class von Singapur Airlines. Und mir macht das dann besonders viel Freude. So, jetzt werde ich gleich mein Jäckchen aufhängen. Dann werde ich erstmal den kleinen Appetizer hier genießen. Dann habe ich mich entschieden für einen, weil das ein Tipp war von der Crew. Wir haben also hier einen, einen Suju Joys. Also das ist ein Koch, der für diese, für dieses Menü erstmal ausgezeichnet wurde als Koch überhaupt. Und er gehört zu den 15 Chefköchen eines Festivals, wo er den gewonnen hat. Und er ist ein, er kocht kantonesisch. Das ist entscheidend. Ich sage euch warum. 25 Jahre zurück, könnten auch 30 gewesen, aber 25 Jahre auf jeden Fall. Wie es erstmal in Peking war, war das ja so, damals gab es ja 10 Millionen Fahrräder und 20 Autos. Heute ist es genau umgekehrt. Und dann war die Frage, wo geht man essen? Das ist in Peking komplett damals alles heiß gewesen, also scharf. Du konntest nirgendwo was essen. Und das magische Wort war kantonesisch. Das bedeutet also, in kantonesischer Form gekocht, ist das Essen gut würzig. Also es schmeckt. Man hat nicht nur diese Schärfe. Und der kocht kantonesisch. Deswegen freue ich mich da drauf. Es gibt einen Appetizer, es gibt eine Suppe, es gibt ein Hauptgericht und ein Dessert. Und darauf lasse ich mich ein und zeige euch. Ich denke, das ist eine gute Idee, auf dem Weg nach China, nach Hongkong, etwas zu genießen. Bei Singapore Airlines, was ein Menü, also ein Vorschlag ist. Und das wollen wir machen. So, und ich genieße jetzt erstmal hier mein Champagner. Was ich also toll finde. Und das gelingt mir Gott sei Dank wirklich zu 99 Prozent. Es gelingt mir, dass ich die Crews, ob das bei Lufthansa ist oder auch bei anderen Airlines, dass ich mit denen einen sehr guten Kontakt habe, mich mit denen verabrede. Und dann... Guck mal, ich brauch's nur ansprechen. Es kommt einem regelrecht zugeflogen. Was ich sagen wollte, ist, dass wir hingehen und... Yes, thank you very much. Ah, you can this take up and down. Yes, we can adjust the level, so that according to how you would like it to be, yeah. Good. It's not bad, but we have... Another Airlines have sometimes in the left side... Yes. ...and put it out, and you have no chance to go up and down. Yes, but most of the time we will try to let passengers have the choice of whether they want it higher or... Yeah, 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 yeah. Even in business class, our train table can be adjusted to the level that you want. Oh, this is nice. It's a good idea. Yeah, yeah, I like it. It's a special service, yeah. Thank you so much. Shall I get you some red rose to go with your meal later? Yes. And the champagne is right here. And is it possible to take a little bit right? No. Ah. Only up, down. Up, down before and so... Yes, correct. But, I can go a little bit more left. Yes. It's the same, I go the table a little bit right when I was not so bad straight, yeah. I said, why not going this way, yeah. Is it comfortable for you? It's comfortable. Okay, we will start the meal rolling on you. 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 Und ich meine, das ist natürlich... Und hier geht es dann nach oben. Ah, komm mal. Und dann kann man ihn hier... Toll. Also, grundsätzlich eine fantastische Idee. Er könnte mir etwas größer sein. Er könnte wirklich etwas größer sein. Ich sage das nicht unter dem Motto, ich will etwas sagen, sondern das sind praktische Dinge, die mir sozusagen hier diesen Freiraum etwas einsträgen. So, ich mache das mal ein bisschen nach da. Dann bin ich sozusagen exactly in the picture, but... I saw last time in another airline, I saw they have the butter, and they're riding in the butter, first class. Oh, really? That's amazing. It's a funny idea. Yeah. It's a funny idea. I never seen it before. And I said, what is it? But here, you have a flower, right? Yes. What is it? Is it a flower or is it a sign? It's just a design, actually. Yeah. It's just to make it nicer. Yeah. Or is it a... Mmh. Like a belly. Whatever. Whatever. What we want. I didn't say that. What we want. Also, der Horn ist ganz auf Chinesisch eingestellt. Das kann ich nie anders sagen. Es kommt schon der... It's the appetizer? Yes. Okay. This is crab meat in the vinegar jelly. This is a Sichuan pepper, chill pop. So, you'll be careful. You think spicy? It's spicy. Oh, well done. Okay, but I think I must take careful. Always good to be careful. Yeah? Right? Always good to be careful. It's your way? Careful? Sometimes good, yeah? Thank you very much. Enjoy it. It looks nice. Good. It started very well. Thank you. I'm glad. So, nette Idee. Das gefällt. Sieht optisch erstmal nice aus. Ist, glaube ich, kalt, ja. Also, keine warme Speise. Ist ein sehr schöner Start. Für den Anfang, jetzt kommt Brot. So, we have some bread. Yeah. I take a little bit of oil and I take, ah, you have garlic bread. This is my favorite, yes. For me enough, you're going to give me two pieces, it's perfect. Yeah, I like this. Thank you very much. Enjoy. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you. Vielen Dank.